Yo, liebe Freunde, haue deri Gamer Engineers. Ich muss leider noch mein Mikro richten, es tut mir leid, wenn man das knackst ein bisschen hört. Ich habe jetzt leider noch was verstellt. Ratet mal, wen ich hier gefunden habe, mit einer der geilsten Ideen aller Zeiten. This is the best Squid Thaddeus Tentakel. Ja, es gibt ein neues Splatfest-Thema und das ist krankerweise gar nicht mal so scheiße. Was macht man denn so im Urlaub? Relaxen oder Action? Ganz ehrlich, pennen und relaxen, das kann ich auch zu Hause, dafür brauche ich keinen Urlaub. Aber das ist leider so ein Zwiespalt, Leute. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Nehmen wir ein Cappuccino trinken, läuft. Ich weiß nicht, wenn ich schon in den Urlaub fahre, dann soll der auch was zu bitten haben, weil ich liebe ja Ski fahren. Ich war bisher leider nur zweimal, aber das war einfach viel zu geil. Entspannen tue ich meistens zu Hause, vor allem auch beim Let's Playen, also das ist ja das, was ihr von mir kennt. Also Leute, ich geh ins Team Action, auch wenn ich die Farbe grün nicht leiden kann. Gut, natürlich, ich meine zumindest, dass man dieses Splatfest-Shirt ja jetzt schon ausrüsten kann. Ich werde mir dementsprechend noch andere Abilities holen. Vor allem, ich habe ja letztens auch ein wenig trainiert. Ihr seht ihr, ich bin nicht mehr Stufe 15, sondern Stufe 17. Und hier ist jemand, den habe ich jetzt schon zum fünften Mal getroffen, an fünf verschiedenen Tagen. Hallo Stern Muffin Punkt. Auf alte Feindschaft, guter Freund oder gute Freundin. Keine Ahnung, was du bist. Du bist ein Oktolin-Mädchen. Muss aber nichts heißen. Was meine Bewaffnung angeht, habe ich eine ganz, ganz, ganz neue Waffe für mich entdeckt. Nämlich eine Waschmuschel. Ohne Scheiß. Ja, was ich noch erreichen möchte, ist der Fokus-Profi-Klexer. Von dem habe ich ja auch legendäre Sachen gehört. Aber was ich noch gehört habe, ist halt, dass dieser, keine Ahnung, Schwapper, wie der heißt. Der doch ziemlich overpowered ist. Aber ich werde trotzdem mit ihm antreten. Typisch. Obwohl, obwohl die Konsole jetzt am Lahn steckt, muss sie immer noch Internetverbindungen herstellen. Oh, Herrschaft. Na, da gehen wir doch direkt in einen Haarenkaffee. Ich lasse das jetzt auch das erste Mal wieder drinnen. Ihr kennt mich ja. Ich muss nur das Mikro ein bisschen weiter wegstellen. Sonst komme ich da nicht weit. Und bitte entschuldigt, wenn ich beim Schnitt einige Fehler mache. Ich habe jetzt ein neues Schnittprogramm. Das heißt, Moment, Da Vinci Resolve heißt das. Hashtag Werbung. Nein, aber Camtasia hat für mich ausgedient. Vor allem, weil es auch ziemlicher Bullshit war. Also, man konnte leider nicht mal was quantisieren oder sowas. Oder zumindest wusste ich nicht, wie das geht. Ich habe noch eine alte Version. Ich glaube, 8.2 war noch auf meinem Computer. Ab jetzt regelt das für mich alles Da Vinci Resolve. Vor allem die Kompressor und Limiter-Sachen von Resolve sind einfach göttlich. Und der Ecolizer. Und es schaut auch viel professioneller aus. Vor allem, man kann auch wesentlich professioneller damit arbeiten. Man kann die Farben viel knalliger darstellen. Jetzt brauche ich das nicht mehr mit der Capture Card machen, weil die raucht ja dann eh ziemlich. Also, das Elgato-Programm. Im Übrigen wollte ich euch Folgendes mitteilen und das bitte auch in der Infocard beantworten. Ob wir Folgendes machen sollen. Und zwar, wie viel ich ca. von den Splitfests zeigen soll. Es gibt drei Auswahlmöglichkeiten. Nämlich einmal, einfach nur zwei Folgen. Ne, drei Folgen. Einen zu Beginn, eine in der Mitte und einmal eine am Ende vom Splitfest. Dann steht noch zur Auswahl, dass man zehn Folgen bekommt. Also, dass ihr zehn Folgen von dem Splitfest anschauen könnt, wenn ihr wollt. Da muss aber das Interesse dann auch da sein. Also, bitte oben Infocard anklicken. Im Abspann. Also, sie ist zweimal zu sehen. Ich lasse sie zweimal einblenden. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr das anstellt, dann... Ich kann euch nur erraten, ich habe schon mal für ein Splitfest, ich glaube fast 30 Folgen gedreht. Das gibt es auch. Also, es gibt vier Auswahlmöglichkeiten. Drei Folgen. Zwei Stunden. Vier Stunden. Oder das ganze Splitfest. Also, ganzes Splitfest. Halt so viel wie möglich. Da zocke ich dann halt durch. Das muss ich aber halt wissen, weil da muss ich dementsprechend einkaufen und Energydrinks und Kaffee bereitstellen. Also, da dürfte ich mich dann nicht hauen, wenn das dann nicht so spannend ist. Es geht dann einfach darum, dass man nachvollziehen kann, warum oder wie heute das ganze Hotel nicht funktioniert. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum es keine Server verbindet, also... Warum? Da folgendes passiert. Wir sind voll und das geht nicht. Also, das ist ein geiler, geiler Bug. Ich glaube, Splatoon ist ein bisschen am Arsch, kann das sein? Warum steht immer noch Spieler werden gesucht? Die Spieler sind ja schon vollständig. Ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass die Zeit abläuft. Aber das kann sein, dass die noch... Wie sagt man schon den R genau? Man kann sich jetzt am... Okay, da ist einer weg. Man kann sich ausrüsten. Man kann nämlich sagen, anpassen, weiterspielen und das müsste dann funktionieren. Und jetzt sollte das schon langsam mal starten. Was ist los? Also, mir liegt es nicht. Ich hoffe nur, weil ich jetzt das Mikro vor der Fresse habe, dass der Gyrosensor das erkennt, wie ich das haben will. Weil ich spiele natürlich mit Bewegungssteuerung. Das dürfte hoffentlich ja klar sein. Wäre ja auch sonst ziemlich dämlich, aber... Nintendo kommt schon. Was ist das? Wenn ihr so eine Lobby abliefert, während des Splatfests, dann haue ich euch. Ich habe vor allem gek... Na, endlich hat es funktioniert. Das hat nochmal so was gedauert. Also nochmal eine Zeit lang gedauert. Aber diesmal hat auch angenommen, dass alle Spieler da waren. Ja... Wird interessant auf jeden Fall. Nur die Musik ist irgendwie, finde ich, schrecklichst geworden. Und kann das sein, dass wir ziemliche Idioten als Gegner haben? Weil ich meine ja nur, das ist jetzt schon etwas komisch. Vor allem das Ding, das ich jetzt habe, also dieser komische Schwapper da, der ist ja total overpowered. Nicht sterben. Alter, der war gut, der war gut. Ich muss auch vor allem wieder reinkommen in das ganze Gameplay. Weil ich ja sehr lange nicht mehr gespielt habe. Also ich habe jetzt wieder zwei Level hochteniert, aber ich bin noch immer nicht drinnen. Splatoon war immer schon das Spiel, wo ich am meisten Zeit gebraucht habe, um mich zu... also nicht rekapitulieren, sondern regenerieren. Ja, die Wolke müssen wir natürlich ausgleichen, das geht nicht. Aber wir haben es schon Leute. Ich habe jetzt noch einen K.O. Sieg in erster Minute. Oder? War das mehr als eine Minute? Weiß ich gar nicht. Kann man ja im Video nachvollziehen. Da sah ich nichts dagegen. Man bekommt jetzt auch pro... Genau. Man bekommt mehr Erfahrungspunkte, wenn man gewisse Sachen abschließt. Also ich glaube zu wissen... Ne, das ist immer 2.5. Ich möchte aber unbedingt das Splatfest Shirt upgraden. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt vorhin los war. Jetzt geht es auf einmal. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Map hier overranked ist, weil ich die jetzt schon zum 17. Mal in Folge im Rangkampf gespielt habe. Also jedes Mal, wenn ich reingeschaut habe, war genau die Drecksmap da. Und dann kam einmal sowas wie Muschelchaos. Da komme ich nicht hinterher. Da habe ich keine Ahnung, wie das geht. Da habe ich jetzt Gott sei Dank mal... Alter, wo kamst du Drecksack her? Aber meine Leute machen das sehr, sehr gut. Die blockieren nämlich die Eingänge in die Stage. Noch besser könnten die es ja gar nicht machen. So, ich schicke ihnen jetzt mal eine fette Wolke direkt Richtung ihrer Basis. Vergiss es! Nicht mit mir, Arschloch! Vor allem bei dem, was wir schon am Vorsprung haben, das ist nur schwer wieder rauszuholen. So, und ich werde jetzt da warten, warten. Der kommt sicher gleich zurück. Naja, zündet eure Ultis, sehr gut. Ja, aber nur so ein komischer Waschmuschelspieler, der schafft das. Also dieses Tintenzeug, also dieses Zeug da ist äußerst fies. Aber wir haben schon wieder instant gewonnen. Also momentan habe ich einen echten Lauf, was das angeht. Und das ist irgendwie sehr gruselig, sage ich euch. Irgendwie stimmt es in meinem Zimmer noch Zigarette, ich weiß nicht wieso. Okay, da ist erklärt zwar einiges. Joa... Ansonsten weiß ich nicht, was ich sonst noch machen könnte. Ich kann euch anbieten, eine Facecam zu machen. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass... Also Live-Reaction halt. Mit Facecam beim letzten Part vom Splatfest. Streamen werde ich nicht. Ganz sicher nicht. Aber Leute... Es ist eines der letzten Splatfests, was glaube ich... kommen wird. Weil es schon langsam gehen... Also vorzeitig zumindest, weil es schon langsam gehen, ich nenne die Themen aus. Und wenn das so schnell geht, dann lohnt sich der Schnitt auch nicht. Gut. Ich wette darauf, jetzt kommt wieder die eine Map, weil... Ne, ich glaube... Joa... Eine Map kann bis zu dreimal hintereinander kommen, das ist richtig. Also dieses Games-Hauptquartier, das ist sehr, sehr overrated, finde ich. Ich halte auch momentan nicht sehr viel davon. Komm. Na komm, hoch mit dir. Bam, 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 komm, 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 komm. Da vorne ist wieder einer. Oh, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Wir haben wieder die Herrschaft erlangt. Der... Habe ich den jetzt mit der Wolke gekillt? Alter, wie dumm kann das sein? Moment. Perfekt. Hier lohnt sich's ehrlich gesagt auch zu... Oh, oh. Ich loge mal die Raketen von dort weg, weil das wäre ziemlich blöd. Wenn man nur deshalb die Herrschaft verliert, weil die Raketen dort einschlagen. Leute, ihr müsst auch zum Tinten, weil der Hardprodukt reinschmeißen. Vor allem, wo kriegen die immer die ganzen Ultis her? Das ist ja überhaupt Beschiss. Ha. Bin ich gestorben? Nö, glaub ich gar nicht. Nö, ich bin nicht gestorben. Und das dritte Endsing-Spiel. Ja. Ist ja schön, wenn man gnadenlos überlegen ist. Natürlich fühlt man sich bei sowas, ist ja klar. Ja, weiß ich nicht. Ich mache ja meistens so eine 25-Minuten-Besprechung. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon alles gesagt. Also, es gibt zwei Infocards, Leute. Ihr könnt zweimal abstimmen. Was ihr haben wollt. Komm schon, bitte gib mir was Gescheites. Kenn ich nicht. Aber Leute, wisst ihr, was ich glaube. Warum es diese OP-Waffen gibt. Damit Spieler in den unteren Reihen halt auch killen können. Das wäre schon eine Erklärung dafür. Weil du kannst halt leider nicht alles über Skill regeln. Gewisse Sachen bekommst du halt leider erst. Scheiße. Ab Level 20. Und jetzt haben wir aus. Das ist immer die andere Map. Ne, 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 ne. Naja. Ich glaube, da lohnt es nicht hinzufahren. Ah, hin zu springen meine ich. Scheiß Dreck, der Gegner führt. Ja, wo sind denn meine Leute? Hallo. Ja, mein Team führt. Das weiß ich längst. War irgendwie klar, dass es führen wird. Alter, der ist ein Arsch. Vor allem, ich glaube, die jagen auch diejenigen, die im Voraus liegen. Also. Was ist mit dir, du Hunter? Verzieh dich! Wir haben trotzdem die Herrschaft erlangt. Was ist? Du Loser, du. Ja, weißt du was? Ich werde jetzt fett in meiner Base campen und dann schicke ich dir die Wolke dahin. Ja, schau. Ja, komm her, was ist? Ja, jetzt plärrst du wieder, hä? Oh, können wir es nicht mehr schaffen. Ist es zu schwer für uns, hä? Komm her! Ich schalte euch alle nochmal aus, komm! Jetzt, jetzt wäre es ein Todessieg. Wenn ich das hier... Oh, vergieß es! Wo... Wo kommst du her, hä? Das war so klar, dass da jetzt passiert. Nicht an den Zug lassen! Ich65 nicht... Scheißen, Jungs. Könnte einer von euch was tun? Moment mal, bei uns ist wirklich einer raus. Den mit der Airbrush, den habe ich jetzt schon nicht mehr gesehen. Hier, komm her. Komm, komm, komm. Die kommen ja nicht, passt auf. Nein! Alter, wir hätten es fast geschafft. Das schaffen wir nicht mehr. Außer wir kriegen wieder so ein Kill-Deaf-Ding. Solange ihr die Basis haltet, könnt ihr noch irgendwas tun oder sowas. Ja, Leute, da müsst ihr schon was tun. Also Blödheit unterstützen die nicht. Halt den 15 Sekunden. Ne, das verlieren wir, Leute. Das verlieren wir. Wegen dem Idioten, der da aufgehört hat. Das ist sicher so ein... Ja. Ich will ja nichts sagen, aber... Ne, der hat fast 800. Aber wir haben uns einen harten Battle geliefert, obwohl wir unterlegen waren. Mach's nach. Leder, Leder, haben wir es nicht geschafft. Na gut, ich werde weiterhin im Rangkampf rumgurken, Leute. So, wer war das? Isaac. Ich habe 13 Kills, Alter, von uns. Vollidioten. Ach, komm, eins machen wir noch. Die Splatoon-Part sind ja immer die, die die meisten geraged sind. Rache, Leute. Rache ist süss. Und wehe, von uns steigt schon wieder einer aus. Aber ich muss sagen, wir haben auch beschissen begonnen. Wir hätten da ganz anders ran gemusst. Mal eine Leute wegholen. Wenn's knapp wird, die Ulti zünden. So, da ist gleich einer raus. Sehr gut. Ich verteidige dabei die Basis. Oh, oh, Schwammraketen. Nicht gut. Ja, aber nicht viel passiert. Gewehr wieder da ab. Ja, die Waffe ist op. Das stimmt, ja. Da habt ihr nicht gelogen. Liebe YouTube-Kollegen, die kann's sauber. Aber so wichtig. Ich hab's geahnt. Jetzt respawn doch endlich, du. Zipfel-Klatscher. Oh, ich hab's geahnt. 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 Aber vorhin haben, glaub ich, zwei die Raketen gezündet. Na komm, jetzt holt euch die Herrschaft wieder. Moment, ich muss da irgendwie hoch. Oh, diese Raketen regen auf. Ah, Rick. Puh, bist du dumm. Was, wieso hat der Gegner die Herrschaft? Was soll der Scheiß? Hat er uns so hart getroffen? Niemals, ey. Lusche. Komm schon, halten, halten. Ich komm schon. Ja, musst schon noch helfen. Gegen zwei mit einem Splettling kann ich nichts machen. Jetzt bitte. Gib Stoff. Ihr seid drei Leute dort unten. Das kann's irgendwie ja nicht ganz sein. Moment, Moment. Die kommen sicher wieder gleich. Oh. Mal ein bisschen Beschäftigung für die Idioten. Da wär jetzt so ein komischer Ball ganz geil gewesen. Das wär geil gewesen. Der Ball hätt's echt gebracht, Leute. Natürlich kommt er wieder von... Korrenti... Waaah, wenn ich den Namen schon hör. Himmel und Haida. So, Leute, jetzt aber Sturmangriff. Sturmangriff. Wie hat er das geschafft? Komm, wieder vor. Nicht mach jetzt schlapp. Volltrottel. Ja, das holen die nicht mehr auf. Das holen die nicht mehr auf. Das könnt ihr trotzdem nicht schaffen. Das ist zu lange für euch. Ich muss euch nur noch einmal die Basis wegnehmen. Und dann war's das. Komm, 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 komm. Komm schon, halt den Zähler an. Jawoll. Und das waren drei. Was? Fotzen du da da. Alter, ich darf mich nicht so ausbrechen. Sonst darf ich wieder eh mit dem Ego-Laser rumspielen. Wie? Alter, ihr seid so blöd. Kriegt's hier nicht hin, dass ihr den umbringt. Leute. Nicht erfassen. Okay, Jungs. Ich spiel aufs Screen weiter bis Level 20. Ich habe die Ehre.